Der Euro-Raum hat sich eine Inflationsrate von 2% gegeben, das ist die schwarze Linie. Die einen sind über dieser Inflationsrate gewesen, das ist die gelbe Linie, die Südeuropäer, und die Italiener auch, die grüne Linie. Ein Land hat sich genau daran gehalten, nur ein einziges, und das ist nicht Deutschland, sondern Frankreich. Die blaue Linie. Und dann sehen Sie, gibt es einen da unten, was machen die da unten? Deutschland. Warum haben die sich nicht geleistet, was sie sich leisten konnten? Ja, weil sie besser sein wollten als die anderen, sie wollten die anderen unterbieten, sie wollten auf dieser Welt reüssieren damit, dass sie billiger wurden. Ja, und das hat ein Problem geschaffen, sehen Sie, jetzt gibt es eine Lücke zwischen Deutschland und Frankreich, Frankreich, das alles richtig gemacht hat, aber es gibt eine Lücke zwischen Deutschland und Frankreich von 20% in der Wettbewerbsfähigkeit. Und nun überlegen Sie mal, wie die französischen Unternehmen auf Dauer, nicht nächsten ein Jahre, zwei Jahre, das können Sie überleben, aber 10 Jahre oder 20 Jahre überleben sollen, wenn die deutschen Unternehmen dauernd einen künstlichen Wettbewerbsvorteil, künstlichen Wettbewerbsvorteil von 20% haben, weil dort in Deutschland die Löhne nicht gestiegen sind. Und zwar unter politischem Druck, die Löhne nicht steigen durften. Ja, das ist wie Protektionismus, das ist nichts anderes. Sie können auch Subventionen geben von 20% Ihren eigenen Unternehmen, nur dann würde jeder in der Welt aufschreiben, würde sagen, ja, das darf ja nicht sein, wieso gibt er denen 20% Subventionen? Aber 20% Lohnsenkung, das darf man machen. Alle sagen, es geht aufwärts in Europa. Stimmt es denn? Es gibt ein paar Daten, die werden erfunden sozusagen von Statistikern, die nennt man Bruttoinlandsprodukte und ähnliche Dinge. Es gibt ein paar harte Fakten, das ist zum Beispiel in Industrieproduktion. Und? Geht es aufwärts? Geht es in Deutschland aufwärts? Deutschland boomt doch, oder? Stimmt leider nicht. In Südeuropa geht es doch auch aufwärts, außerhalb von Griechenland. Stimmt leider auch nicht. Es ist ein extremer Fall gewesen. Griechenland ist eine ganz schlimme Volkswirtschaft, in der alles falsch läuft, die noch nie etwas geleistet hat. Aber komischerweise ist das die Volkswirtschaft, die mehr gewachsen ist zwischen 2000 und 2009 als irgendeine andere Volkswirtschaft in Europa. Aber seit 2010 gab es gar keine griechische Politik mehr. Da hat die Troika Griechenland regiert, so wie sie jetzt Griechenland regiert. Wir haben Medizin angewandt, sie hat zu einer tiefen Depression geführt, einer unglaublichen Depressionen. Es waren doch unsere Maßnahmen, die die umgesetzt haben. Wissen Sie, was die wichtigste Maßnahme war? Es war Lohnsenkung. Über 20 Prozent Rückgang der Reallöhne hat es in Griechenland gegeben. Und was ist gleichzeitig passiert? Nun, die Arbeitslosigkeit ist eben nicht gesunken, sondern anders als von der Troika erwartet ist die Arbeitslosigkeit dramatisch gestiegen. Ja, warum ist das so? Nun, was passiert, wenn Ihre Löhne, Ihre Einkommen alle morgen um 20 Prozent sinken? Überlegen Sie mal. Ja, dann fragen Sie übermorgen um 20 Prozent weniger nach, weniger Güter nach, ne? Und wenn es eine relativ geschlossene Volkswirtschaft ist, wo der Binnenmarkt 75 Prozent Anteil und der Export nur 25 Prozent Anteil hat, dann werden 75 Prozent dieses Bruttoinlandsprodukts werden massiv geschädigt, dadurch, dass die Löhne sinken. Natürlich senken Sie sofort Ihre Ausgaben. Indem Sie Ihre Ausgaben senken, vernichten Sie Ihre Arbeitsplätze. Und dann gibt es ein Überschussland, sehen Sie, das ist Deutschland. Deutschland, das wird in diesem Jahr noch viel höher gehen, es wird in diesem Jahr 8 Prozent Überschuss haben. Was heißt es denn, wenn Deutschland so hohe Leistungslandsüberschüsse hat? Sehen Sie, das ist Deutschland. Deutschland und der Rest der Welt. Das sind die Salden, die Sparsalden sozusagen, die Schuldensalden. Das ist aber der ganze Rest der Welt, das ist darin enthalten, das ist die rote Linie, das ist der Rest der Welt gegenüber Deutschland. Und dann alle deutschen Sektoren, die privaten Haushalte, die Unternehmen und der Staat. Und komischerweise müssen sich alle diese Kurven immer genau zu Null aufaddieren. Warum addieren die sich zu Null auf? Die Ersparnisse und die Schulden addieren sich immer genau zu Null auf. Das Geldvermögen der Welt ist immer genau gleich Null. Ja warum? Weil wir keinen Mars und keine Venus haben, die bei uns Schulden machen könnten. Die Welt ist auf sich selbst gestellt. Und komischerweise, wenn einer spart, muss ein anderer sich verschulden. In Deutschland haben wir inzwischen die wunderbare Situation geschaffen, dass die privaten Haushalte sparen, die Unternehmen sparen und der deutsche Staat spart. Das ist doch gut, oder? Das sind pro Jahr etwa 200 Milliarden, die Deutschland zur Verfügung stellt als Ersparnisse. Und wer nimmt die Ersparnisse? Wer macht was damit? Bestimmt die deutschen Unternehmen. Ach nee, die Spanier. Ich will sie sehen, das ist die rote Linie. Die einzigen, die die 200 Milliarden deutscher Ersparnisse verwenden, sind die Ausländer. Klar, logisch, oder? Und wir brauchen nämlich immer das Ausland als Schuldner. Weil wir können uns ja nicht verschulden. Wir können nicht investieren, nicht verschulden. Das können wir nicht im Inland leisten. Das müssen die anderen machen. Weil die anderen die besseren Investoren sind, oder? Ja, sehen Sie, das ist absurd. Das ist in unglaublichem Maße absurd, unser Wirtschaftsmodell. Wir suchen, wir brauchen das Ausland als Schuldner. Und damit das Ausland als Schuldner wird, müssen wir es erst unterbieten im Wettbewerb der Nationen. Wir müssen ihnen verhindern, dass sie erfolgreich sind, damit sie unser Zeug kaufen. Und dann schmeißen wir unsere Ersparnisse hinterher und sagen, nehmt unsere Ersparnisse und macht damit, was ihr wollt. Nein, macht damit, was ihr wollt. Nein, kauft unsere Güter mit unseren Ersparnissen und dann sind wir alle glücklich. Ja, es ist unglaublich absurd. Ja, und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wenn wir die privaten Haushalte nicht überzeugen können, nicht mehr zu sparen, ne? Herr Feinmann, könnt ihr ja hinstellen und sagen, gehört mal auf mit der blöden Sparerei. Das ist jetzt mal Schluss. Gebt euer Geld aus, gefälligst, haut's raus. Wird aber nicht tun, dann wird politisch wird er das nur einen Tag überleben, so ungefähr. Ja, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Dann kann man die Unternehmen davon überzeugen, dass sie sich jetzt wieder verschulden müssen und mehr investieren müssen als vorher. Das heißt, man muss wahrscheinlich den Unternehmen Geld wegnehmen, damit sie zur Bank gehen müssen, um zu investieren. Und dann werden sie mehr investieren als vorher. Wer das sagt, überlebt es so ungefähr 72 Stunden. Ja, und da gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Wenn das alles nicht funktioniert, wenn man sich das politisch nicht zutraut, ja was dann? Ja, da kann diese schwarze Linie der Staat nicht sagen, das geht mich jetzt nichts an. Und mit dem Problem habe ich jetzt nichts zu tun, ich bin jetzt auch kein Schuldner mehr. Haha. Das Problem geht mich nichts an. Nein, das Problem geht ihnen ungeheuer viel an. Und dann muss vielleicht sich der Staat verschulden. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden die anderen Länder dafür sorgen, dass wir das lernen müssen. Weil die können nicht immer Schuldner bleiben. In der Tat kann man nicht dauernd Schuldner bleiben. Und wenn wir ihnen sagen, sie sollen sich entschulden, sie sollen gefälligst ihre Schulden zurückzahlen, ja dann müssen wir Schuldner werden, weil irgendein Schuldner muss es auf dieser Welt geben. Sehen Sie, so einfach ist das. Und so schwer. Vielen Dank.